Hey und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Leute Und ja, wir machen Bad Ross wieder großartig Hashtag, we make Bad Ross great again Leute Und ja, als erstes müssen wir dazu die Sichtweite natürlich auf 100 stellen Und dann das gute alte PupiDcraft Texture Pack reinmachen Könnt ihr mal reinschreiben, Hashtag, we make Bad Ross great again So, das könnt ihr gerne mal überall posten, auf Twitter, überall Würde mich auf jeden Fall mega freuen Leute Und als erstes brauchen wir natürlich ein paar Blöcke, um uns dann in die Mitte zu bauen Weil wir haben natürlich Zeit zum Zocken, nicht so wie die anderen, die dann alle wahrscheinlich wieder in die Mitte rushen Haben wir uns jetzt schon mal ein Schwert gegönnt Und dann, ah, willst ihr ein bisschen haben, Bruder? So, bauen wir uns mal ganz gechillt in die Mitte Wir können uns langsam hochbauen Sehr schön Dann gehen wir mal hier runter Und hier sind auch schon ein paar Oh nein, der hat auch ein Schwert Nicht gut Leute Und er hat uns sogar noch Ah, schade Da liegt sogar ein Eisen, Leute Sehr nice Können wir uns sogar wieder ein Schwert machen Perfekt Und da kommt jetzt einer Nicht gut Wir schreiben mal Achtung Achtung Von oben Oh Achtung Achtung Von oben Kommen Gegner Kann man ja auch mal einen richtigen Satz schreiben Und nicht so wie man das früher gemacht hat Und nicht so wie man das heute macht Einfach nur noch schreiben Achtung Von oben Sondern man kann ja auch mal die deutsche Sprache ein bisschen lernen Deshalb bauen wir uns einfach mal direkt hoch Da ist er jetzt unten Nein Leute Nein Bekommen wir den noch Nein, bekamen wir ihn nicht Oh, unser Teammate hat ihn Ist das gut Na Sehr schön Sehr schön, Leute Okay Dann würde ich meinen Holen wir uns wieder ein bisschen hier Equip Damit wir auch ein bisschen was Reißen können So Zack Oh, dann haben wir unsere Bronze verloren Egal Können wir uns ja gleich nochmal nehmen Ah, der ist hier wieder Sehr schön So Schuhe Genau Und alles einfach anziehen So Hier ist einer Nein Und das war ein Gegner Als ob, Leute Nein Aber unser Teammate hat ihn wieder Sehr schön Mann, unser Teammate Der Kann ja mal was, ey Das ist sehr schön Schenken dem hier ein bisschen was So Und dann Die Da ist das Brunsch weggepackt So Mal 50 gehen Ist eh auch ganz cool Mal den Skin zu sehen Ich kenne den von euch noch nicht Ein paar Aber wir bauen uns einfach Gehen jetzt mal ein bisschen In die Mitte Oh nein Da kommen die Gehen lieber wieder zurück Wir wollen das ja noch Vielleicht hier gewinnen Wir spielen einfach mit Spaß Nicht so wie Viele andere Die immer noch in die Mitte rushen Und irgendwie Ah, da haben wir noch Ein Eis Dann können wir uns das zweite Das beste Schwert kaufen Hashtag Remake Bad Ross Great Again Der Hashtag Leute Muss einfach In die Welt Gesetzt werden In der Tat Und da kommen auch schon welche Oh nein Und den haben wir Sehr schön Den haben wir Und jetzt kommt da einer Ach, das war unser Teammate Oh Hi Oh, danke Danke, Mate Danke, danke Lol Leute, der ist ja richtig nett Können wir uns einen Bogen sogar holen Sehr, sehr nice Jetzt einer in die Mitte Das lassen wir natürlich nicht zu Unser Teammate wird abgeschossen Jetzt kommt der Rote Oh, wenn wir Dinge getroffen hätten Danke Wollen wir den mal schreiben Wir schreiben den mal Bis im Video Kann ja auch mal ein bisschen nett zu den Leuten sein Und den haben wir Ah, schade Leider ist er nicht runtergefallen Was könnten wir uns denn noch holen Ah, wir könnten uns noch einen Heilungstrank holen Sehr, sehr cool Ansonsten noch ein paar Blöcke vielleicht Oder so Weiß ich nicht So Tun wir die mal da drüber Aber ansonsten Ah, noch eine bessere Spitzhacke Mega gut So, und eine Rettungsplattform vielleicht Falls wir runtergeschossen werden sollten Wo haben wir die denn? Da haben wir sie Perfekt So Dann gehen wir mal in die Mitte zu unserem Teammate Oder wo ist der gerade? Lebt unser Teammate noch? Nein Er ist gestorben Kommt, den bekommen wir doch Oh Gott, Leute Nein, wir haben die Rettungsplattform verwendet Nein Schade Egal Egal Wir holen uns mal hier Gold Ach Muss ich da mal durch Sehr schön Hm Wir müssen mal gucken Nicht, dass hier jemand in die Mitte kommt Es leckt gerade ein bisschen Weiß ich nicht warum Wir gehen lieber mal schnell wieder nach Hause Nicht, dass die uns noch bekommen Da kam glaube ich jemand Oh Gott Da kam jemand Die dürften wir doch haben Den haben wir Sehr schön Und der kämpft Da sich jetzt hin Oh Gott, Leute Oh, das haben wir sehr gut gemacht Wir holen uns einfach nochmal eine Rettungsplattform Wo haben wir die denn Da haben wir sie wieder Oh Leute Wir haben 16 Eisen Leute Da können wir uns mal Ganz viele Von den besseren Heilungstränkeln holen Drei Stück sogar Das ist sehr schön Wir nehmen mal das Gold mit Haben wir Perfekt So, dann gucken wir mal Ich habe Angst, dass der uns trifft Oder so, Leute Oh Gott Wir sehen ja den Pfeil Und fliegen Schaffen wir den Sprung? Ja Oh, sehr schön Das wäre sonst blöd gewesen Und da ist einer Das dürfen wir nicht zulassen Dass der uns bekommt Sehr Oh Heilungstrank trinken, Leute Sehr wichtig Und dort oben ist einer Wir lassen den mal zu denen gehen Vielleicht bekommt er die Und hier liegt voll viel Gold Oh mein Gott, Leute Können wir uns sogar, glaube ich Ein Eisenschwert holen Boah, ist das geil Oh Gott Und die haben uns Ah, schade Wurden wir leider getötet Ja, Leute Ich hoffe, euch hat Diese kleine Parodie Zu dem jetzigen Bad Wars Verhalten Der ganzen Spieler gefallen Wenn ja, würde ich mich doch Sehr gerne Über eine positive Wertung freuen Und wenn ihr sowas auch nochmal In anderen Spielmodis sehen wollt Dann lasst es mich auf jeden Fall wissen Mit einer Däumchen nach oben Däumchen während Träumchen Ihr wisst Bescheid Und dann schreibt in die Kommentare Würde mich auf jeden Fall mega freuen Und lasst ein Abo da Dann würde ich mich ganz viel Lust Beim nächsten Mal wieder Haut rein Und ciao Ciao Outro 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 Outro